Wunderbare Gäste hier beim Ball der Offiziere. Sind Sie das allererste Mal hier oder schon öfter sind Sie hier gewesen? Nein, das ist meine 5. Mal hier. Ich bin hier ein paar Mal. Warum kommt man zu diesem Ball immer wieder? Was ist das Besondere an diesem Ball? Es ist der beste Ball in der Welt. Ich bin nicht mehr ein Officer, obwohl ich einen Air Force-Officer benutze. Es ist eines der besten Balls. Wir brauchen die Stadt der Balls und wir haben es hier viel Spaß gemacht. Übrigens, er versteht fantastisch Deutsch, er kann es noch nicht so gut sprechen. Darum machen wir Deutsch und Englisch in Kombination. Darf ich mal nachfragen, was bedeutet diese Medaille? Ich bin Lieutenant Colonel und ich bin Air Force. Das heißt, ich bin ein Kriegspieler, also ich habe 10 Jahre auf Drakken und 10 Jahre auf Gryphon. Und ich habe tatsächlich mit den österreichischen Drakken in der Schweiz in den 90er Jahren trainiert. Und das hier ist eine Medaille von Hungry. Ich war da für drei Jahre aus der Schweiz. Und gibt es ein ganz besonderes, was man sagt, da denkt man besonders gerne zurück? Hier in Vienna, oder? In einer von diesen Dingen? Du meinst, du meinst wieder? Was du die meisten magst? Nein, aber ich meine, was ich die meisten magst, ist fliegen. Und ich bin ein Pilot, du bist frei in drei Dimensionen. Und zu fliegen ein Kriegspieler ist extrem gut. Das geht um die Kraftmannschaft. Aber auch als Militärer Diplomat zu haben, dass ich eine Medaille von Hungry für drei Jahre gemacht habe. Das ist auch sehr beeindruckend. Aber es gibt verschiedene Dinge. Aber heute gibt es ja nur sehr viel Party und gute Stimmung und gute Laune in der Ballnacht. Was erwarten Sie von der heutigen Nacht? Nein, aber ich freue mich, hier zu sein, um meine formeren Kollegen zu treffen. Im Moment arbeite ich für die Swedish Defense Security Saab hier. Und ich bin der Präsident hier in Austria für Saab. Also, ich repräsentiere Saab hier in Austria. Auch wenn ich heute eine Uniform brauche, die ich enttäuscht und empfehle. Aber mein tägliches Arbeit repräsentiert Saab hier in Austria. Dann wünsche ich eine wunderschöne, eine gelungene Weihnacht. Vielen Dank, und ich hoffe, dass du es auch genutzt. Ich werde, danke.